Es gibt ein Gerät, das steht aus meiner Sicht über allen. Und das ist der Miele Druckdampfgarer. Ohne den geht hier nichts mehr. Absolut. Ich würde aufs Kochfeld verzichten, ich würde auf so viele Dinge verzichten, die in normalen Küchen drin sind, aber der Druckdampfgarer gehört aus meiner Sicht in jede Küche. Weil ein besseres und effektiveres Gerät gibt es nicht, um schneller irgendwelche Gerichte zaubern zu können. Ich habe zum Beispiel Rouladen gemacht innerhalb von einer Viertelstunde im Druckdampfgarer mit einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Das ist doch eine Ansage.